Los! Sie sind da! Oh Gott, Daniel! Ich bin ultra müde heute. Ich habe schlecht geschlagen. Ja gut, nichtsdestotrotz muss ich jetzt so tun, als wäre ich extrem begeistert. Also wir machen heute die Vollfolierung von Markus seinen Golf 7 GDI Clubsport. Und vielleicht habt ihr das Auto schon mal im Internet gesehen. Hier Luftlögel. Den Luftlögel sein 7er GDI Clubsport. Machen wir eine Vollfolierung. Farbtechnisch ist das jetzt nicht so der überkrasse Abschuss, ne? Ich merke, dass... Ich klappe schon wieder so gerne. Das Problem ist, das liegt an meinem Wesen, dass ich immer... Ich muss immer in irgendeiner Gerätschaft in der Hand haben oder irgendwas. Selbst wenn ich am Tisch hocke, die ganze Zeit irgendwas drehen oder wenden oder kaputthauen. Wird interessant ausschauen mit dem Luftfahrwerk, den Rims und dem ganzen Paket. Was soll ich noch großartig dazu sagen? Ich habe hier aber schon alles über das Auto gesagt, ne? Also es ist ein Luftfahrwerk drin, es sind breite Kodis drauf. Ähm... Felgen sind gemacht. Vollfolierung kommt. Dynamisches Rückfahr... Blinkerlicht-Dingsbums, da wie das Zeug heißt, keine Ahnung. Ähm... DTH... Genau, DTH Downpipe. DTH Auspuffanlage ist gemacht. Software ist noch Serie... Leider... Ja... Werden wir mal schauen, dass man vielleicht eine coole... Coole Carpon-Scheiße, dass du da wieder was vernünftiges zahlst... No, probably. ...hin... Cut. Cut es! Schauen wir mal, was da draussen wird, wie das dann am Ende ausschaut. Und darfst du überraschen, ne? Schauen wir mal. 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 Outro Mach das mal nach. Schmeckt doch geil. Bisschen so Laubenstangen von gestern, alten Käse, paar Würfel. Das sind die vom Metzger, vom Fleisch, der ist jetzt voll analog. Ich glaube, dass ihr den vorher gewaschen habt. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon öfters gehört. Ey, zeig mal deinen Fuß! Hau rein, bis dann. Tschüssi. Heute bin ich richtig motiviert. Heute habe ich den Feierabend bitterböße nötig. Das wenn man halten würde, dann wäre das sehr toll. Das wenn man halten würde, dann wäre das sehr toll. Ah! 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 Es ist fest. Gott sei Dank hat man nicht gesehen, dass ich jetzt schon ungefähr, naja, gefühlt, wie lange werkele ich jetzt hier schon rum? 18 Stunden? Wir sind jetzt startklar für einen geilen Carpon vom Golf 7 Club Sport. Und los geht's. Ich gebe ab zur Außenreporterin Antonia Rados. Ist das denn? Sjöp! уемööööööööö, Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Brutal, oder? Ich fahr jetzt auch übelst. Perfekt. Du musst dir vom hinten anschauen. Das ist einfach übelst, übelst, übelst. Das ist fett. Wir haben gerade schon ein paar Orten Fotos gemacht. Wir waren im Freistaat vom Rad aus gestanden. Das ist ja natürlich nass, aber... Ich fahr jetzt gut rein. Ja, mega. Mega. Ja. 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 Ja.